Ich weiß gar nicht, was das soll. Hä? Ist das normal? Ist das normal, dass du so bei mir in der Luft bist? Ist das normal, dass du so bei mir in der Luft bist? Wow, ey! Okay, Leute. Zieh, zieh mal. Ich muss zum Wagen rein. Ich wollte eigentlich da wieder trainen, aber... Das kann da gar nichts. Ich glaube, es ist zu krass abgefackelt. Ähm, ja. Aber du kriegst keine Info. Ich weiß, es ist nicht ein langes Video. Ähm... Ich werde demnächst noch ein Video machen, was im Versilio heißt. Beziehungsweise gibt es die heiße Vorbereitungen. In einem Video werden wir wahrscheinlich versuchen, zwei Vorbereitungen zu machen. Oder eine Vorbereitung. Je nachdem, wie wir Zeit haben. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Seid gespannt für Videos. Und wir probieren dieses Wochenende, mit dem kompletten Heist, ähm, hochzuladen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Schönen Abend. Und dann bin ich. Und dann bin ich. Und dann bin ich.